Er hat schon geschrieben, er war noch gar nicht dran. Jetzt spielen wir ja doch mal zusammen, gegeneinander. In unserem Pokal. Ja, aber ich bin ja nur mit meinem Zweitteam. Ich werde es so hoch zurückkriegen. Du hast beide Teams drin, ne? Nee, das erste ist. Zu der ersten hatte ich es noch nicht, weil ich noch in einem anderen Turnier war. Aber es geht. Irgendwer ist aber dann Fatih oder so, der bei uns auch in der Liga ist. Du kannst tatsächlich mit beiden Teams drin. Du kannst mit beiden Teams. Das wäre eigentlich voll geil, wenn ich mal gegen mein Team spielen würde. Das wäre geil. Habe ich aber schon ein Freundschaftspiel. Aber du kriegst die Barcode, ne? Geile Barcode!